Ich schreibe nicht aus Freude am Schreiben. Es hat sich ebenso für mich ergeben, dass ich schreiben muss, wenn ich nicht den Verstand verlieren will. Wir werden nicht allzu lang bleiben. Der Autoschlüssel steckt, falls du nachkommen willst. Die beiden mussten im Dorf geblieben sein. Ich wunderte mich sehr darüber. Es konnte einfach nicht wahr sein. Derartige Dinge geschahen einfach nicht. Ich hätte mich leichter mit einer kleinen Verrücktheit abgefunden, als mit dem schrecklichen, unsichtbaren Ding. Immer noch dachte ich an meine Lage als einen vorübergehenden Zustand. Und schließlich gab ich meine sinnlose Flucht auf und stellte mich meinen Gedanken. Ich glaube, die Zeit steht ganz still und ich bewege mich in ihr. Und ich Aun in die Zukunft reinsch습니까, dass es nach einer kleinen Verrücktheit hat in einem in den Heining Christen Lew Tip. Und ich weiß, was wir vor wie bei der Welt ist.